Musik Ein folgenreicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag zum Auftakt des ersten Ferienwochenendes auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Kronau und dem Autobahnkreuz Waldorf ereignet. Ein mit 10 Tonnen Kartoffeln beladener Sattelzug musste plötzlich eine Vollbremsung einleiten, weil der 41-jährige Fahrer eine Stausituation zu spät erkannt hatte. Dabei ist der Sattelzug ins Schleudern geraten, kollidierte dabei mit einem Wohnmobil, das wegen dem Rückstau zuvor auf den Seitenstreifen ausgewichen war, krachte dann einem vorausfahrenden Sattelzug ins Heck und kippte schließlich um. Der Sattelzug legte sich über alle drei Fahrbahnen. 10 Tonnen Kartoffeln verteilten sich auf der gesamten Autobahn. Wir haben im Moment eine Vollsperrung, Stauende ist inzwischen schon im Bereich Bruchsal. Wie lange es dauern wird, weiß ich nicht. Die Ladung ist komplett frei geworden. Wir brauchen auf jeden Fall Radlader und Mulden, damit wir die Fahrbahn von der Ladung usw. freikriegen. Der 41-jährige Fahrer wurde schwer verletzt und musste per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. An dem Wohnmobil wurde bei der Kollision fast die gesamte Fahrerseite aufgerissen. Außer dem Fahrer des Kartoffeltransports wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Autobahn wurde ab der Abfahrt Kronau in Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Ein riesiger Berg Kartoffeln musste nun von den Einsatzkräften beseitigt werden. Nach ersten Schätzungen wird der Gesamtschaden auf etwa 85.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle sammelten sich auch zahlreiche Motorradfahrer, die offenbar nicht gewillt waren, zu warten. Einige versuchten doch tatsächlich durch den Kartoffelsalat zu fahren, blieben dabei aber prompt stecken und kippten um. Mit Erlaubnis der Polizei durften die Biker eine Motorradgasse in den Kartoffelberg räumen und ihre Fahrt fortsetzen. Andere Verkehrsteilnehmer waren hingegen im Stau gefangen. Aufgrund des enormen Verkehrsaufkommens bildete sich ein Rückstau ab der Ausfahrt Karlsruhe Nord und der Anschlussstelle Kronau auf einer Länge von über 28 Kilometern. Auch auf der Gegenfahrbahn entstand ein Rückstau von über 5 Kilometern durch Gaffer. In den letzten Wochen haben sich auf dem Autobahnabschnitt zwischen Kronau und Karlsruhe immer wieder tödliche Stauendeunfälle ereignet. Die Polizei zählt bereits sieben Tote aus den letzten Wochen. Ja, also die sieben Tote, die hatten wir, also sechs von den sieben Toten waren im Bereich Bruxel-Kralsruhe. Dort gibt es eine mobile Stauwahnanlage. Die Unfälle waren meines Wissens alle innerhalb des abgesicherten Bereichs. Der eine Tödliche war bei uns am Stauende vom Tödlichen im Bereich Karlsruhe. Der war auch abgesichert durch Stautücher. Wir haben auch heute wieder alle Kollegen, die nicht gerade mit hier beim Unfall sind, unterwegs, auch von benachteten Badenrevieren, die an der Brücke Stautücher aufhängen. Im Radio ist es, ich weiß nicht, was wir noch mehr machen sollen.